Musik Jetzt ein kurzer Abschnitt aus meiner eigenen Geschichte als Messdiener im kleinen Dorf Bokeloh im Emsland. Und das kommt aus die schönsten Weihnachtsgeschichten aus Norddeutschland. Die Schneeballschlacht ist hinter uns gebracht, der Weihnachtsbaum ist schon geschmückt, das Essen ist gekocht, jetzt geht es in die Kirche. Der Zeitpunkt der Trennung war gekommen, während meine Familie das Schiff des über tausend Jahre alten Gemäuers betrat, ging ich hintern herum in die Sakristai. Dort wartete schon die alte Küsterin Katharina. Sie könnte einem Bild von Käthe Kollwitz entsprungen sein, immer in schwarze Kleider gehüllt, etwas gebeugt, ihre grauen Haare waren zu einem Dutt gebunden. Sie hatte schon unsere Messgewände herausgelegt, alles in Rot und Weiß und nach Weihrauch duftend. Katharina war zwar nicht die Schnellste, aber sie hatte eine unendliche Güte und Geduld mit uns querlichen Jungs. Dann kam Friedhelm, mein Freund und Messdienerkollege und kurze Zeit später auch Pastor Fritze. Ein Riese. Später habe ich ihn immer mit Bundeskanzler Helmut Kohl verglichen. Nur von der Größe und von der Statur selbstverständlich. Die Sakristai war klein und deshalb war es immer ein kleiner Akt, bis der große Pastor Fritze sich komplett angezogen hatte. Dann holte er Messwein, Horstchen und Wasser hervor, stellte alles auf ein Silbertablett und wir brachten es in die Kirche und dann schnell zurück in die Sakristai, denn es hieß Aufstellung nehmen. Ein letztes kurzes gemeinsames Gebet und dann ging es raus. Es war immer schön zu sehen an Weihnachten, wie sich die ganze Gemeinde aus den Bänken erhob, wenn die Glocke an der Seite der Sakristai geläutet wurde. Die Menschen waren wie ein großer Chor. Alle sangen aus voller Brust die schönsten Lieder, die ich bis heute kenne. Es läuft mir immer noch ein wohliger Schauer über den Rücken, bei ihr Kinderlein kommet oder stille Nacht, heilige Nacht. Zur Wandlung knieten wir uns hin, denn es war der wichtigste Teil der Messe. Hier und da nur ein kleines Hüsteln in der Kirche. Dann war die Stille beeindruckend. Volle Konzentration für das Klingeln. Und da sah ich ihn. Den Tropfen an der Nasenspitze von Pastor Fritze. Entweder bemerkte er ihn nicht oder er ignorierte ihn einfach. Aber für mich war dieser Nasentropfen unübersehbar und die ganze Gemeinde, die musste ihn doch sehen, wie er da im Schein der Kerzen und des goldenen Kelches leuchtete. Wie ein Stern über der Krippe, wie ein Scheinwerfer in der Dunkelheit. Selbst die heiligen drei Könige hätten ihn schon von Weitem gesehen und wären ihm gefolgt, um zum Jesuskind zu kommen. Ich wartete gebannt, sah nach links zu Fritze. Auch der hatte den Weihnachts-Nasentropfen offenbar schon gesehen, denn er wusste nicht, ob er lachen oder entsetzt sein sollte. Ein Nasentropfen im heiligen Messwein? Im Blut Christi? In einem süßen Weißwein? So viel hatten Fritze und ich schon Wochen vorher einmal ausgetestet. Wir fanden es immer ungerecht, dass nur der Pastor trinken durfte. Heute war es uns lieber. Sollte der Tropfen fallen, hätte der Wein seine Süße für immer verloren. Meine Blicke richteten sich wieder auf den Kelch. Pastor Fritze hob ihn und wir hätten beinahe das Klingeln vergessen. Der Tropfen hing immer noch an der Nase. Und dann passierte es doch. Als Pastor Fritze den schweren Kelch absetzte, fiel er der priesterliche Nasentropfen direkt in den goldenen Kelch hinein. Das war irgendwie zum Naserümpfen. Ein kurzer Blick zur Seite und Friedhelm und ich konnten uns das Lachen in der heiligen Messe nicht verkneifen. Da half nur andächtig den Kopf nach unten senken und so tun, als sei man gerade ergriffen von der Prozedur am Altar. Den ganzen Heimweg sprachen wir noch darüber. Friedhelm, dessen Eltern und Geschwister und meine Eltern und meine Geschwister. Von dem Tag an haben wir nie mehr den Messwein probiert. Denn vielleicht war Pastor Fritze ja schon früher einmal ein Weihnachtsnasentropfen als ein Osternasentropfen oder Pfingstnasentropfen in das köstliche Nass gefallen. Und das war kein wirklich eckwicklicher Gedanke. Bis zum nächsten Mal. Fis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020